Vor kurzem haben wir einen ganz besonderen Grund zur Freude gehabt, uns nämlich eine Auszeichnung ins Haus geflattert, auf die wir überhaupt nicht gefasst waren. Umso mehr waren wir überrascht und umso mehr haben wir uns gefreut. Wir gehören nämlich zu den besten fünf Unternehmensberatungen in unserer Kategorie in Deutschland und innerhalb der Markenberatung sogar die beste. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, dieser Freude Ausdruck zu verleihen, mich zu bedanken. Zum einen natürlich bei unseren Mitarbeitern, die durch ihren immerwährenden Fleiß, ihr Engagement und ihre Bereitschaft, auch immer die letzte Meile zu gehen und ein perfektes Ergebnis hinzubekommen, diesen Erfolg ermöglicht haben. Und ganz Besonderes natürlich bei unseren Kunden, die uns immer wieder neue und zunehmend kniffligere Aufgaben stellen, die wir natürlich sehr gut lösen möchten und die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Dafür ganz großen Dank, ganz großen Dank für die Treue. Und wir hätten vor 14 Jahren wirklich nicht gedacht, dass wir das jemals erreichen werden. Und umso mehr freuen wir uns und werden das auch gebührenfeiern. Danke.